Willkommen bei einem neuen Video von ColinXXiles. Ich weiss, ich werde das sicher falsch aussprechen. Ich werde das genug vielmals in den Kommentaren hören. Mit dabei ist wieder der liebe Kampfläufer. Man sieht, in der letzten Folge haben wir das Haus fertig gebaut. Wir haben auch herausgefunden, dass der Nacktpatch doch geht. Aber wegen Obfluss 18 Rechnen und so werden wir es nicht machen. Aber das war doch lustig. Soll ich mich bei dir auch zu tun? Ja, also Nacktpatch ist schon so eine Sache für sich. Dance, dance. Aber, naja, okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Weißt du, das Wort ist, lassen wir das mal so stehen. Auf Text. Na ja, gut. Also, weiter Text. Gehen wir mal auf die Jagd? Ja, dann, ja, Jagd ohne Pfeile? Ich hab dir 20 Pfeile in der Kesse gelegt. Tatsächlich. Ich hab zwar noch keine, aber... Ich hab zwar noch keine, aber... Ich geh mal nachkampf am Anfang. Naja, wenn nicht, kannst du die Pfeile auch haben. Nee, ist gut, ist gut. Ich mag da mein... Improvisiertes Steinschwert mit Schnur. Und ich hab ja noch... Meinen Knöbel. Wie kann ich einen Pfeil ausrüsten? Äh, auch übers LB-Rad. Da musst du einfach einen Pfeil auswählen. Achja. Kann ich Pfeile auch wieder aufsachen? Ja. Da ist ein Mensch. Da ist ein Mensch. Ich kann nicht schleichen. Ach. Aber zielen so wirklich kann ich mit dem Bogen irgendwie nicht. Dich schießt ja von alleine. Du kannst nicht... ...unendlich lange... ...überspannt halten. Wow, das hat einen Eisenbarn dabei. Okay, mit der Axt gibt es mehr Menschenfleisch. Das Bogen schießen muss ich ja irgendwo noch lernen, ja. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Wir fallen auf Rage, ne? Wir fallen auf Rage. Gibt auch so eine komische Glaskugel. Verwitterte Schädel. Der Bogen macht ja gar keinen Schaden. Das sind deswegen nur Pfeile. Ach. Ja. Ey, das ist scheiß Vieh. Ey, das ist scheiß Vieh. Das Problem ist, ich kann nur leben. Das Vieh, warum ich muss einmal hinten oder so in dem Wasser. Wow. So. Ja, ja. Schon gut. Yay, wir haben nur die Knochen. Ich nehme da mal noch ein bisschen Steine mit, wenn wir schon mal auf Erkundungstour sind. Ja, hier hinten ist auch noch mal menschliche Gegner. Ja, und wie ich schon mal erwähne, wir spielen halt teilweise auch Offscreen weiter. Also ich glaube nächste Folge wird erstmal eine Zeit Offscreen sein, dass wir so ein bisschen Zeug haben. Auf allem die lange Reise in den Norden, die ja doch relativ bald sein wird. Ich hoffe es ja. Die werden wir auf jeden Fall auch Offscreen machen. Weil... Der Weg ist echt ätzend weit. Und es ist halt einfach wirklich nur durchrennen. Und es ist halt einfach wirklich nur durchrennen. Da hinten sind noch Matthias, oder? Ja. Ja. Ich hab nur noch zwei Pfeile. Harte Wahn. Ich kann Pfeile nicht aufheben. Harte Wahn. Wow, One Shot. One Shot. Okay, der One Shot Ding war jetzt heftig. Fuck, meine Dinge sind kaputt. Ja. Was brauchst du? Pfeile? Was brauchst du Pfeile? Mhm. Ist jetzt aber nicht wichtig, der Bogen ist jetzt nicht so berauschend durch die... Ich weiß nicht, ob es einfach nur in den 0815 Pfeilen liegt, oder? Es sind halt auch 0815 Pfeile. Weiss nicht. Auch der Bogen ist halt 0815. Auch der Bogen ist halt 0815. Da liegt noch eine Frau. Da liegt noch eine Frau. Ja. So. Ähm, schau mal hier. Ja. Schau mal hier. Ich bin wieder auf das Tode. Oh. Ja. Ich esse jetzt mal ein paar Insekten. Insekten geben Lebensregeneration. Ich hab keiner. Wo ist ein paar? Wo ist ein paar? Was soll ich? Ich hab keine Insekten. Ja. Schlechteste Insekten essen ja nicht. Schlechteste Insekten essen ja nicht. Schlechteste Insekten essen ja nicht. Sie geben halt keine grosse Lebensregeneration. Auch keine grosse Lebensregeneration. Ja. Hier ist nochmal so ein grosses Viech. Der wo jetzt nicht Wonshot. Er kommt. Zwei von denen. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Monat ist da unten. Wo ist deinac? Meiner lebt noch. Ah. Ich hab keine Ause. Da ist meinac. Ich hab keine Ause. Komm mal. Wo, sorry. Boah, wir müssen unbedingt aufeinander drauf fassen Ich hätte PvP aber eigentlich ausgemacht Ich denke, verstehe ich gerade nicht, warum wir uns im Monat gegenseitig hitten Ich glaube hier kurz ein bisschen Blumen für den Rennen Boah, das umziehen wird unwiesam Ja gut, aber vieles raus müssen wir ja nicht mitstecken Also das Eisen und so was wir haben auf jeden Fall Aber so die ganzen Steine und Holz und so was brauchen wir alles nicht mit Ja Wie ist das eigentlich von den Gebieten? Schwierigkeitsstufe oder? Schwierigkeitsstufe oder? Ja, ich glaube die Gebiete sind nach Schwierigkeitsstufe dann geordnet Geordnet, ja Oh Gott, wir werden es so auf die Fresse kriegen Wir werden es so auf die Fresse kriegen Um im Norden schon, ja Ist ja vorhin mitgekriegt, wo wir mal reingeguckt haben mit den Welfen die da oben sind Die sind schon echt böse Achtung, noch einer Oh, oh Meiner ist dort Ja, meiner ist dort Wow Nehmt ihr mal mit der Axt aus einem Arm Ja Achso, ganz wichtig Tierhaut aufheben Weil die brauchst du nachher für die Rüstung und für Betten und sowas brauchst du auch alles Tierhaut Das ist recht wichtig nachher noch Für mich ist die Rinde, vor allem jetzt mal wirklich, das müssen wir unbedingt auch mitnehmen Das müssen wir unbedingt auch mitnehmen Mit was haust du? Bei Gags Bei Gags Bei Gags Bei Gags Hast halt nicht Hast halt nicht so viele Chancen zu kriegen, aber zwischendurch kriegst du Zwischendurch kriegst du Ich bin wieder in der Stufe aufgestiegen, das heißt ich bin jetzt Stufe 10 oder 11, das heißt ich kann jetzt auch endlich wieder ein bisschen mehr Krempel bauen, sowas wie eine Rüstungsbank und sowas, äh wie eine Schreinerbank und sowas kann ich jetzt glaube ich Ne, ne so eine Schreinerbank oder sowas Ich bin mal kurz am Level Ich bin mal kurz am Level Ehm Vitalität Vitalität Belastung Belastung Präzision Beweglichkeit mache ich später auch noch Beweglichkeit mache ich später auch noch Einfaches Rüstungsreparatur-Kit Einfaches Rüstungsreparatur-Kit Waffenreparatur-Kit 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 Krass, ich kann die ersten Eisenexte Krass, ich kann die ersten Eisenexte Krass, ich kann die ersten Eisenexte Was ist dir lieber? Schwert oder? Speer 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 Bogen mache ich sicher auch Bogen mache ich sicher auch Stufe 20 Also meinst du als Waffe jetzt? Ja Also als Waffe ist mir ungefähr ein Schwert denke ich mal lieber, ich weiss halt nur noch nicht ob ein Biedehänder oder Schild und Schwert Schau Später Bogen macht 7 Gesundheitsschaden und 9 der Pfeil Und du machst jetzt 4 und 4 Ich bin schon auf Stufe 13 Dann gehe ich mal nach Rüstung Rüstung fängt mega spät an mit Stufe 30 20 die ersten Rüstungen Altäre hat man auch Altäre hat man auch Altäre hat man auch Kochen wäre halt auch von Vorteil Kochen wäre halt auch von Vorteil Da bin ich an dem Bein dran, dass ich eine richtige Küche und so ein Quatsch alles bauen kann Ja Da hinten ist ein Mensch Da hinten ist ein Mensch Warte ich bin grad kurz am Skalen Also ich bin Stufe 14 schon Ich bin Stufe 14 schon Ich bin jetzt 13 Ja man merkt das Spiel mit den Haaren ist noch ein bisschen buggy Also zum Beispiel der Bart, wo bei mir in den Körper reingeht, bei ihm die Haare die in den Körper reingehen Ja gut Ja gut Ja gut Das sind Sachen da kann man noch drüber weg gucken Ja 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 Mit der Schmerzen kann ich noch lernen können wir uns ein paar Sklaven machen Cool Da zwei Menschen Da zwei Menschen Ja 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 Ich hab mich einfach den Oberkörper getrent H疹 Hmpf Der hat auch wieder was dabei, Tierkugel Ich frage mich, was das mit den Kugeln so auf sich hat. Ich brauche noch. Erstmal reparieren. Ich frage mich, für was die Schädel auch gut sind. Keine Ahnung. So, gut, aber ich würde sagen, das Rad der Schmerzen ist und sowas, das mache ich denn hier in die Basis schon nicht mehr hin, sondern ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Basis. Genau, in der nächsten Basement. Ich muss halt sagen, man sieht halt den nächsten Baseaufbau halt dann auch wieder, weil es ist halt ein Gebiet, wo dann ziemlich interessant ist, aber die Reise hin plus minus und wohl so das Grundfundament der Basis werden wir offscreen machen. Oh, mal gucken. Ich bin tot. Fuck. Ich bin tot. 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 Das ist ein Zeugloswerk Sorry hier drin die Haut Was ich voll komisch finde, dass sich das Zeug nicht von alleine stackt, wenn ich es reinlege. Es kommt dann immer das Bett zu klein. Ich muss mein Bett kaputt machen, weil ich darin festhänge. Ach ne, du kannst aufheben. Bett kannst du aufheben. Ich kann mich trotzdem nicht bewegen. Soll ich dir mal einschlagen? Mach mal. Das Fundament unten? Jetzt. Jetzt. Ich bin einfach aufs Sitzen gegangen, der hat sich irgendwie rausmanövriert oder geglitscht. So. Gehen wir mal das Zeug holen. Gehen wir mal das Zeug holen? Äh, ne ne, ich hab eingestellt, dass bei Tod das wir alles behalten. Boah, okay. Ich weiß. Buh, Cheater, bla. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt Wurst, weil dadurch, dass wir uns das Spiel gerade erstmal angucken. Habe ich jetzt keine Lust ständig unsere ganzen Babelneu-Farmen zu müssen und sowas. Was für verdorbenes Fleisch drin. Verdorbenes Fleisch. Verdorbenes Fleisch. Ich bin gerade am Essen kauft. So. Ich bin gerade am Essen kauft. Ich bin gerade am Essen kauft. Das Rad des Schmerzes werde ich auf jeden Fall hinstellen. Dann werden wir mal anfangen. Dazu brauchst du halt das Seil und den einen Betäubungsknippel noch. Den kann ich halt bauen. Und dann werden wir mal gucken. Mal auf Menschenjagd gehen. So. Ich habe da einen Ranken. Hallo? Ich habe Fleisch drin. Okay. Hallo. Ach, da hast du die Regenerationsanzeige. Boah, du musst scheisse so viel Fleisch essen, was ist das? Kann man irgendwie Medizin machen? Gussform. Was? Später kann man Goldmünzen herstellen? Ja, du kannst ja wie eine richtige, riesengroße Stadt nacheim machen. Du kannst ja, wenn du auf dem Online-Server spielst, kannst du zum Beispiel auch, du machst eine Handelsmetropole, du machst eine, so eine Art Söldner-Kommune quasi, du kannst da wirklich schon ein richtig geiles, großes Handelssystem auch mit aufbauen. Oder ein Spielsystem. Aber dafür musst du halt erstmal einen passenden Server haben und passenden Leute. Wie gesagt, ich hätte ja eigentlich auch vor, knappe 100 Leute auf dem Server drauf zu kriegen, aber solange die Server halt so unverschämt teuer sind, pff, ne. Echt nicht. Ähm, Seru? Ja? Machst du mal ... 92 Holz? Ja. 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 Wieso? Ich hab in der Zeit, wo wir noch ein bisschen jagen waren, ich hab auch 200 Steine. Hey cool, was ist das? Handwerk. Holztisch, Wandtisch. Voll geil. Hey, da kannst du Eisenpfeiler machen. Wir müssen unbedingt Federn sammeln. Was, Federn? Ja. Wie kriegt man den Federn? Keine Ahnung, ich vermute mal auf. Keine Ahnung, ich vermute mal auf. Dinger, wo Federn dran haben. Dinger, wo Federn dran haben. Ha, 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 echt, ja? Ja. Ja, du fragst auch so doof. Ja, ich weiß, es gibt keine doofen Fragen. Es gibt nur doofen Antworten. Ich bin jetzt eher davon ausgegangen, wie man die denn kriegt, einfach nur so rausrupfen oder ob man da halt auch wieder ein bestimmtes Werkzeug für braucht. Keine Ahnung, aber ich kann einfach töten. Ich frag mich aber immer noch, für was die Kugeln sind. Keine Ahnung. Für Waffen. Das gibt ja auch verzauberte Waffen und so'n Quatsch. Ich weiss halt nur nicht, ob man die dafür braucht oder... Keine Samen zerpflanzen im Land, verdammt uns. So. So. Was wird so in Zukunft alles? Eine Gerberei. Eine Gerberei. Also, das nächste große Ding ist auf jeden Fall, egal wie, ist auf jeden Fall der Umzug nach oben. Das würde ich sagen, ist das nächste große Ding. Jetzt haben wir uns hier zumindest mal so einen kleinen Grundstock aufgebaut, das reißen wir nachher hier alles nieder. Oder würden wir das stehen lassen? Ne. Ne, nehmen wir den Teil nehmen wir mit. Also, das Haus würde ich stehen lassen. Ja. Das Haus würde ich stehen lassen. Ja. Und dann nehmen wir den wichtigsten Kram mit, sowas wie Eisenerz und so'n Quatsch. Und das ist dann, glaube ich, das nächste, was wir machen, dann halt wirklich oben ziehen. Weil ich glaube, hier unten bringt's jetzt nicht mehr so viel durch die Gegend zu latschen. Und vor allen Dingen weiß ich halt auch hundertprozentig, dass du hier unten auch nicht so wirklich die Rohstoffe kriegst. Wie das gute Eisenerz und sowas und Kohle und so'n Kram, das kriegst du halt oben im Norden doch eher. Ja. Ja, dann... Ja, dann... Ja. Ja. Beziehungsweise, wenn du, wenn du auf der... Ich glaube, mir war auch so, das hatte ich mit Frank damals mal. Ähm, wenn du auf der Karte guckst, in der, in der Wüste so'n bisschen über uns sind da überall so kleine schwarze Flecken. Stich? Wartfang. Wartfang. Ja. Das sind, glaube ich, so eine Art Kohle-Spots oder Gebäude, das ist irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Okay. Krass. Okay. So, wir gehen nach Krier am Wasser lang. In der Karte kommt hier am Wasser lang. Das wird schon wieder durchgehen. Dann da oben hin. Dann eigentlich nur in den Fluss und mal weiter nach oben. Und dann irgendwo hier hin. Dann irgendwo hier hin. Und dann irgendwo hier hin. Ja, man könnte sie theoretisch schon zeigen. Aber sie soll nur rennen. Ach du... Da sind wir auf jeden Fall... Also alleine der Weg bis da oben hin, wenn wir wirklich straight durchrennen würden, sind wir auf jeden Fall 20-30 Minuten unterwegs. Das ist eigentlich eine Folge. Ja, nur am Rennen. Ja, aber so will ich jetzt gerade sehen... Ähm... Erstmal wieder Folgen-Ende. Erstmal wieder Folgen-Ende. Okay, aber wir haben ja die Expedition auch geschafft. So fast. Fast. Ja, dann würde ich sagen... Machen wir doch schon mal einen richtig schönen... Ein bisschen Spoiler, ein bisschen Cliffhanger würde ich sagen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns im Norden wieder. Ja, dann machen wir jetzt den Umzug am besten. Ist auch ein bisschen spannender wie hier. Ja. Dann machen wir da so. Und dann gibt's nächste Folge schon mal ein bisschen Nordluft. Dann sind wir weg aus diesem ganzen Hitze-Scheiß hier. So. Dann. Bis zur nächsten Folge! tschüss tschüss